Die Bau- und Zulieferbranche zeigt sich in diesem Jahr als besonders attraktiv für Anleger, die nicht nur Kursgewinne, sondern auch regelmäßige Dividenden schätzen. Während der europäische Bauindex Stocks Europe 600 Construction and Materials in den letzten zwölf Monaten um 30% zulegen konnte, schaffte der breitere Marktindex Stocks Europe 600 ein Plus von 20%. Das zeigt, die Baubranche bietet nicht nur Kursgewinne, sondern auch regelmäßige und steigende Dividenden für Investoren. Wenn Sie neben unseren News an weiteren Aktien interessiert sind, dann schauen Sie unten in der Videobeschreibung nach. Dort finden Sie den Link zu unserer Aktie des Monats. Einige Unternehmen der Branche heben sich dabei besonders hervor. Holkiem etwa verzeichnete einen Kursanstieg von 52% und bietet eine Dividendenrendite von rund 4%. Saint-Gobain stieg um 66% und zahlt seinen Aktionären etwa 3% Dividende. Auch Wienerberger bietet mit 3,5% eine attraktive Rendite. Doch Heidelberg Materials könnte für langfristige Anleger besonders interessant sein. Mit einer Dividendenrendite von 3,3% kombiniert das Unternehmen stabile Ausschüttungen mit einer gezielten Wachstumsstrategie, besonders auf dem US-Markt. Heidelberg Materials ist einer der größten Baustoffhersteller weltweit und setzt auf nachhaltige Expansion. Durch die Übernahme von Henson ist das Unternehmen in Deutschland die Nummer 1. Die kürzlich auf 3 Euro pro Aktie angehobene Dividende sowie eine Ausschüttungsquote von nur 28% geben dem Unternehmen Spielraum für weitere Dividendensteigerungen in der Zukunft. Zusätzlich stärkt ein Aktienrückkaufprogramm die Position der Aktionäre. Besonders spannend ist die Expansion in den USA. Anstehende Übernahmen wie die von Victory Rock und Carver Sand & Gravel sollen die Marktposition von Heidelberg Materials weiter stärken und könnten das operative Ergebnis im Jahr 2024 um bis zu 10% steigern. Die jüngsten Zinssenkungen in Europa und den USA bieten der Bauwirtschaft zusätzlichen Rückenwind. Im Oktober 2024 senkte die Europäische Zentralbank den Leitzins auf 3,25% und die US-Notenbank passte den amerikanischen Leitzins auf einen Korridor von 4,75 bis 5% an. Diese niedrigeren Zinsen könnten Kredite günstiger machen und Investitionen in Infrastrukturprojekte weiter fördern. Auch Heidelberg Materials profitiert von diesen Entwicklungen, da es stark im Infrastruktursektor engagiert ist und die wachsende Nachfrage nach Baumaterialien bedient. Für Dividendenanleger bietet Heidelberg Materials eine starke Kombination aus Stabilität und Wachstum. Zwar ist die Dividendenrendite geringfügig niedriger als bei Holkiem, doch mit einer soliden Dividendenpolitik und der Expansion in den Infrastruktursektor zeigt das Unternehmen langfristiges Potenzial. Anleger sollten Heidelberg Materials im Blick behalten, um von künftigen Dividendensteigerungen und der starken Marktposition profitieren zu können.